Guten Tag, meine Damen und Herren, die Weltwaschbrett-Buzzis in Wien am Kulturufertag. Das heißt, am Kulturufer werden Sie eine Menge Kunst, Kultur und Spaß finden. Aber ich bin da nicht gut an. Wir haben gedacht, Sie sind ja schon, Sie können ja nicht abholen. Bleiben wir mal ein bisschen hier. Aber dafür, ich darf nur noch sagen, unter Ihren Augen sind wir erst mal ziemlich geworden. Wir haben hier noch eine Angelegenheit, die wir haben, die wir uns haben. Da ist die Witzkarte, wo Sie die Witzkarte bis 13 Uhr, hier aber vor allen Dingen auch auf dem F-Platz. Wenn Sie nachher ein bisschen Zeit haben, gehen Sie mal beim F-Platz rum. Hier sind viele Kunsthandwerkstände und viele Künstler, die sich dort präsentieren. Und das ist auch das, was die Stadt so möchte, vor allem die Wärmegemeinschaft. Ich möchte was aufbauen an bestimmten Samstagen, dass wir sagen, wir kommen gerne nach Benedikt, nicht nur wegen der tollen Einkaufsstadt, sondern weil wir einen hochsympathischer, rechterer Herrn haben. Wir haben alle gealtert und alle leider vergeben. Männer in dem Alter sind die Antarktik, wenn sie selber haben, werden sie auch vergessen. Und die Altskarte sind die Jüngste und die Jüngste sind. Was haben wir denn für erhöhten? Habt ihr was? Wir machen auch nicht das nicht. Ich habe ein schönes Gesicht. Ich kenne wahrscheinlich den schönen altenklassigen Eichel-Milch, der Eichel-Milch mitversagen, der Eichel-Milch ansehnend. Und dann, er wird der Eichel-Milch ansehnend und ein und so und sie gibt sogar noch die Sonnen, die wir gehört haben. Was sie wissen müssen, ist Nisbett. Nisbett ist irgendwie Isabel oder so. Nisbett können Sie schon mal merken. Wir werden uns jetzt gut drauf nehmen, wo Sie dann alle gemeinsam Nisbett singen. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.